Take the halls with boughs of holly Hi, schön, dass du heute das 17. Türchen öffnest. Ich bin Artem und ich möchte dich mit der heutigen Botschaft herausfordern. Wir lieben es doch alle, diese Adventszeit, die Adventskalender zu öffnen. Hinter jedem Türchen ist irgendwas Besonderes für mich drin. Egal, ob es ein Schoko-Adventskalender ist und man freut sich einfach jeden Tag auf dieses kleine Stückchen Schokolade oder ein Überraschungs-Adventskalender, irgendein Gewinnspiel-Adventskalender. Es gibt heute alles Mögliche oder sogar ein Video-Adventskalender. Wie schräg ist das eigentlich? Egal, hinter jedem Türchen ist etwas Besonderes für mich drin. Ist doch großartig, oder? Immer für mich. Ist das nicht auch irgendwie ein bisschen egoistisch? Ja, irgendwie schon. Und deshalb möchte ich dich auch herausfordern. Und zwar, ich möchte, dass du heute ein weiteres Türchen öffnest. Das Türchen deines Nächsten. Nicht falsch verstehen, du sollst nicht den Adventskalender deines Nächsten plündern, sondern das Herzenstürchen deines Nächsten. Wie funktioniert das? Zum Beispiel durch eine gute Tat. Ja, die Bibel fordert uns dazu auf, in Galater Kapitel 6, Vers 9 und 10 Lasst uns aber nicht müde werdenden Gutes tun, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Und das ist genau das, wozu uns die Bibel auffordert, Gutes zu tun an einem Nächsten. Egal wer es ist und such dir eine Person aus, sei es dein Ehepartner, deine Eltern, Geschwister, dein Nachbar, dein Nächster eben. Tu etwas Gutes und damit öffnest du eine Tür, aus der vielleicht Freude herausstrahlt, Dankbarkeit herauskommt oder vielleicht auch einfach nur ein offenes Ohr, was dir wieder dazu die Gelegenheit gibt, die frohe Botschaft weiterzutragen. Probier es aus und öffne heute ein weiteres Türchen. Danke.